Stellt euch mal vor, wir sind die KG Rosenmontag und mit dabei haben wir für Sie unsere wunderbare, wunderschöne, bezauhende Rosenprinzessin der Kampagne 22.23. Es ist Mareike die Erste! Also, auch Mareike die Erste, die Rosenprinzessin! Freikräftige! Oh! 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 Schön, dass ihr da seid! Mareike, lass krachen! Mit einem Hochstart! Gäh! Und lass die was schaffen! Einsetzen! Oh, kommt die Junge! Guck mal! Einsetzen! Jetzt haben wir die Laren zu Rallandau! Einsetzen! Wenn der Biet einsetzt, springen alle auf und feiern! Die Laren zu Rallandau! Ja, das ist so, dass wir die Laren zu Rallandauern! Die Laren zu Rallandauern! Die Laren zu Rallandauern! Die Laren zu Rallandauern! Jungs! Und das ist so, dass wir ihn nicht noch halten! Und das ist so, dass wir ihn nicht noch vorstellen! Das ist so, dass wir ihn nicht noch haben! Wir sind die Laren zu Rallandauern! Und das ist so, dass wir die Laren zu Rallandauern! Ich bin ein Moment. Ich versuche mich zu ihnen. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Leute zu essen. Ich bin ein paar Mal.